Okay, die Bären hier sind dreist. Wenn sie bis in die Städte kommen. Dann kümmern wir uns erstmal um das Bärenlager hier. Oh, hier ist noch ein Hain. Und Ogre kommen auch angelatscht. So ein paar Feen weghauen. So, noch eine Wissensschriftrolle. At last. Nahrung? At last. Gold? At last. Nahrung könnt zu euch. Wissensschriftrolle wieder zu dir. Habt ihr eigentlich noch was interessantes? Was man so kaufen könnte? Hm, nicht wirklich. Gewissensschriftrolle halt. So, als nächstes ist das Warrock-Lager. Nicht so weit von meinen Truppenwechsel. Jetzt verlieren wir wieder Mana. Oh, Ogrelein kommt wieder. Me. Me. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr schön Oh, ich habe einen meiner Krieger verloren Das ist wiederum nicht so schön So, mehr Geld Und ihr nehmt immer noch ordentlich Schaden Hm Ich würde gerne wissen, von was die solchen Schaden nehmen können So Aioca-Hütte Okay, was hat Was habt ihr für mich? Titanenpanzer von der Geisteraule Okay Oh, Steine Was für ein Schaden ist es, niemand hätte diese armen Seelen erleuchten können Ah, ihr seid grün, genau wie ich Ihr seid grün, genau wie ich Wir sind vom selben Blut Ihr könnt mit uns kommen, mein großer grüner Freund Oh, der ist voll besogen hin mit Zeugs Also, soviel zum Schamanen Wir haben jetzt was besseres Ja, wir haben viel zu viel Zeug So, jetzt ist er auch vollgestopft So, jetzt haben wir alles So, und du hast Platz frei Dass wir dir das Zeug geben können Gut Oh, All Shirts braucht was Bärenlager Okay, jetzt das Bärenlager da unten Dann machen wir das gleich mal Wenn wir schon hier sind Ist zwar direkt neben Doomfort Aber wir sollten nicht zu nah an Doomfort rankommen Oh, und der schwebt der Energieknoten What? Uh-huh What? Uh-huh Wer hat denn noch Platz? Du hast Platz? Ja, die Geisteraue ist hier drüben Da kommen wir nicht so leicht ran Noch eine Wissenschriftrolle Oh, und der Ogre kann nur gerade mal eine Stufe aufsteigen Uh-huh Uh-huh I'm going Gut, dann gehen wir da rüber Wir haben ja noch ein bisschen Platz Ja, mehr als genug Wie gesagt Wie gesagt, den Energieknoten ignorieren Der hat nämlich eh nur Verteidiger Ist der Destrée Gut Geist Wann sind Sie Wann werden Sie Drehen? Wir werden die Trophen vermitteln. Was werden wir tun? Wann kommst du runter? Was werden wir tun? Das war Agral und das war auch Agral. Was? Ja wie gesagt, den übersehen wir jetzt mal. Mhm. Ja, der Oga hat definitiv so viele Lebenspunkte, dass das mal ihn gescheit heilen könnte. Hm, wir müssen hier über den Fluss. Das hier haben wir. Hier oben ist noch eine Geisteraue und das Banditenlager und was auch immer hier noch ist. Hier ist eine Sumpfkruft, eine Skelettkruft und das Versteck des kriechenden Todes. Hm. Mal gucken, kommst du von selber wieder frei, wenn die weit genug weg sind? Mal gucken. 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 Mal peine aber nicht. Was auch immer das schon wieder gibt. So, ihr seid frei. Ich habe keine Intelligenz. Grabstätte, okay. Dann wollen wir mal verkaufen. Also erstmal eine Wissensschriftrolle für dich. Und das weg. Holz und Holz und Holz. Holz und Holz. Das da. Ja, was? Ihr habt nur eine Verschwimmenschriftrolle. Ah, gut, dass wir den Energieknoten in Ruhe gelassen haben. At last. Good choice. I'm going. Us? I don't agree. Mmh, yes. Mmh, yes. So. Me. Holz kann weg. Und das war alles mir McDonalds. Ich hab hierkick. Bis zum nächsten Mal.